Wieso geht die da? Oh nein, Anfängerfehler. Anfängerfehler von Jinx, sie ist zurückgegangen. Schafft sie es raus? Schafft sie es raus? Schafft sie es raus? Nein. Moinsen, ihr Rappen und herzlich willkommen. So, jetzt ist mir gerade eingefallen, läuft ja erst eine Minute 33, die Aufnahmetaste zu drücken. Ich habe gerade völlig vergessen, ich habe mich irgendwie so aufs Game konzentriert. Habe ich wirklich völlig vergessen, irgendwie aufzunehmen. Das ist mir jetzt auch noch nicht passiert. Aber, naja, was wollen wir machen? Ist ja, glaube ich, nicht schlecht. Auf jeden Fall gönnen wir uns gleich nochmal eine E. Und ich befinde mich wieder mit dem schönen Call to the Knights aus der letzten Runde. In einem Game, weil der, ja, keine Ahnung, der hat mir gefallen. Der war nicht schlecht. Wir hatten die letzte Runde, wer sie nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. War eine geile Runde. Marcy G. Jungle, hier auf der 3 vs. 3 Map. Und, ähm, ja, mehr gibt es denn für nichts zu sagen. Ich will jetzt nichts spoilern, weil sonst ist es keine spannende Runde mehr. Ähm, jetzt gönnen wir uns doch... Ah, ah, nein! Nein! Oh, alter, der trifft mich gleich. Der trifft mich gleich komplett. Fuck, das, 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 das war knapp. Das war wirklich knapp. Ich liebe ja Lee Sin. Ist ja echt ein cooler, wirklich ein cooler Typ. Ich mag den so persönlich auch. Und, ich kenne, ich kenne den auch persönlich. Ich spiele ihn jetzt ja nur, aber... Normalerweise kenne ich den persönlich. Und, somit, ja, was soll man denn zu sagen? Der, der ist cool, der ist lässig drauf und alles sowas. Und, ja. Ja, ich bin echt gerade ein bisschen lowlife. Und wer, wer hat jetzt gefehlt? Den alter... Fuck, fuck, fuuuh. Okay, ich gehe weg, ich gehe weg. So, eine schöne Backcall. Das kann wieder... Aber jedes Game ist ja anders. Man bekommt immer neue Gegner. Ich habe jetzt, glaube ich, meine MMR ist in der 3 vs. 3 mächtig gestiegen, weil ich jetzt hier eine sehr, sehr hohe... äh, Gewinnrate habe. Und, das wäre wirklich so, im Gegensatz zum normalen Wanket, wo ich völlig abtack. Ich bin... Ich habe jetzt ein... Äh, Einstufungsspiele gemacht. Guck dir an, wer ist gestorben. Jinx, okay. Die ist auch ein Lappen. Ähm, ich gönne mir mal... Ich gönne mir, ich gönne mir, ich gönne mir... Life-D. Und... Keine Ahnung. Nichts mehr. Ist immer cool, nur... Das zu haben. Pass doch auf. Was? Hä, lol? Wie steckt der das ein? Ähm... Hä, lol? Wieso? Wieso kann der so viel einstecken? Der ja so... Ja, du brauchst gar nicht pingen, weil da keiner fehlt. Kommt nur in Tower rein. Ich... Ich def das. Übrigens ein schöner Skin von Nieder. Ähm, die eh schön hochskillen. Äh, ne, die ist doch nicht weg. Los, ja, so. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal back. Dann kriegen wir die auch. Aber ich... Ich brauch mal einen Jungle. Das ist jetzt das Problem. Aber... Ja, ich hätte es sowieso gesehen. Nur noch drei Sekunden mehr. Was machst du? Du musst auf deine Lane. Tut mir leid. Ich weiß, dass du es nämlich auch ansiehst, weil ich hab ja mal wieder ein bisschen Schleichwerbung gemacht. Ähm, naja, ich mein, ich sag keinem, dass er mich abonnieren soll oder sonst. Ich sag einfach nur, ich bin einfach mal ehrlich, dass er jetzt, ja, aufgenommen wird. Das ist ja wie, wenn ich in der Realität jemanden filmen würde. Äh, so finde ich das auch, äh... Nein. Ähm, so finde ich das auch okay, wenn ich, äh, mal ehrlich bin und sage, äh, hey, ich nehme jetzt hier in-game auf. Ich kenne dich nicht. Und deshalb, äh, informiere ich dich gern da drüber. Und... Entschuldigung, ich bin immer noch ein kleines bisschen erkältet, trockener Hals und so. Ähm... Und deshalb ist es mein Freundesrecht. Ich, wenn, wenn sie... Ich sag einfach nur, willkommen auf YouTube. Mehr, mehr habe ich auch gar nicht gesagt. Das kann er auch gerne selbst mal bezeugen, wenn er es hier nochmal sieht. Ähm... Und... Ja, was soll man da noch sagen? Ich meine... Ich meine, das ist einfach eine, äh, das ist eine sehr, sehr grundehrliche Meinung. Das sieht man, glaube ich, wirklich sehr selten auf YouTube, dass man, dass jemand sagt, hey, ich nehme auf, bis... Äh, ich sag mal, ich sag nicht, dass sie... Äh, frag nicht, bist du damit einverstanden oder so? Weil, äh, ich bin da, geh davon aus, dass ich das einfach machen kann. Also, äh, so, so, also... Ja, okay, irgendwo ist das auch schon, äh, auch schon dumm, weil... Ich sag, hey, ich sag, hey, ich nehme auf. Ich sag, okay, einverstanden? Nein, ich nehme trotzdem auf. Ja, das ist so meine Einstellung, aber... Ich muss hier ja selbst wissen. Oh, das... So, was, den hab ich, den hab ich. Der, der, der verbrennt. So, so, dat, dat war jetzt nämlich Skill. Das war jetzt nämlich Skill. Das war jetzt einfach nur purer Skill. Man hört jetzt, glaube ich, schon mal eine Mausklicke. Aber, ähm, das war jetzt einfach nur noch purer Skill. Jetzt holen wir uns noch den Altar. So, ganz YOLO-mäßig. Gönnen uns einen Heapod dazu und nun Recall. Und somit passt das nämlich alles. Die Shyvana kommt nicht. Und ich bin weg. Sehr schön. Ich liebe das. Recall und... Wow, wir können uns gleich so viel gönnen. Heftig. Nein, ich gönne mir lieber Schuhe. Ja, tschee mal. Ich gönne mir erstmal Minion und dann komme ich auch zu dir, Jinx. Dich kann man ja schön beleidigen. Ähm, du weißt ja nicht mal, dass wir aufnehmen oder so. Aber die... Äh, dieser Yasuo da, krieg ich da gerade erst schön kennengelernt. Er hat netter Kontakt. Nein, ist kein netter Kontakt. Er ist komplett hässlich und so. Ein Spaß. Äh, weiß ja auch nicht, wie lange spielt es schon League of Legends? Oder irgendwie so ein Kack. Äh, auf jeden Fall. Oh. So, da gehen wir mal schön wieder raus. Der Speer, den Speer hat sie wirklich gefehlt. So, und ich liebe ja auch die Q von Lee Sin. Ich hab hier noch nicht so lang. Richtig, den ich am längsten besitze. Nicht wirklich. Und... Trotzdem, ich mag den einfach. Der macht einfach so fett Damage. Er braucht kein Mana. Er hatte einfach seine Energie. Das war alles. Und... Ja, ja. Soll ich ja jetzt rein? Oh. 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 Das, 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 das war... Das war hier pure Skill. Nein, das war nicht gut Job. Das war, das war Skill. Ah. Das war purer Skill. Oh. Guck, guck dir das an. Guck dir das an. Guck dir das an. Der, 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 der Escape. Guck dir das an. Das, das, das ist Escaping. Und wenn du meinst, da noch sterben zu gehen, dann ist das perfekt. Und die ist tot. Die ist sowas von tot. Sehr schön. Poppy, Death. 4, 4. Wir haben wieder gleich gezogen. Und jetzt, jetzt wird's lustig. Weil jetzt kommt ein gefielderter... Naja, gefielderter noch nicht. Lee Sin mit 2, 0. Ich bin der Einzige. Nein. Ivana ist auch noch nicht. Schau, die müssen wir jetzt aber mal zum Sterben bringen. Weil sonst wird das hier peinlich. So. Oh, jetzt sehe ich gar nicht... Oh, das muss ich mal umenden. Ich nehme das Ganze mit Dx-Tory auf. Und das Ganze ist recht praktisch, das Programm. Kann ich auch mal kurz erläutern. Und zwar ist es insofern praktisch, weil es zeigt einem nicht nur an, wie viel FPS ich jetzt gerade im Game besitze, sondern auch noch... Wie viel FPS ich gerade... Wie viel FPS ich gerade... Nein. Das versuchen wir jetzt nicht. Geh mal weg da. Geh mal komplett weg da. Einfach nur weg. Du wirst gesichtet. Idiot. Du stirbst, du stirbst, du stirbst, du stirbst, du stirbst. What? Ja. Jawoll. Super. So wollte ich es haben. So. Ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Ich habe so eine super, duper... Super, duper Laune irgendwie. So ein bisschen hyperventiliert. Ich glaube, das liegt daran, dass ich zwei Wochen lang nicht aufgenommen habe. Oder noch länger. Vor zwei Wochen ist das letzte Video gekommen. Auch eine Leak-of-Lappen-Folge. Oder war es eine App-Review? Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Aber irgendwie sowas. We can win. Yes, we can. Yes, we can. Mit J geschrieben. Ganz bewusst. Und... Ja, wir können gewinnen. Vor allem... Leak-of-Lappen ist ja immer noch Schärfsach. Und deshalb gewinnen wir. So, das meinten wir. Das meinten wir. Und... Oh, ja. Chill mal. Chill deine Base. Poppy ist oben. Poppy ist oben. Jetzt wird es kritisch. Wo läuft die hin? Ja, die kommt von hinten. Ich... Äh, die Schiwane ist immer noch nicht tot, oder? Tot gewesen. Nein, weiß ich nicht. Das ist gerade ein Problem. Ein großes Problem. Geh nicht mehr... Nicht in Tower rein. Ich laufe jetzt da... Guck, da ist... Da ist eine Nieder. Und jetzt... Jetzt machen wir die richtig platt. Das ist ja... Wir müssen jetzt einfach diesen Überraschungsmoment ausnutzen. Äh. So. Wir gönnen uns jetzt einfach mal. Wie? Das kann sich in die Ecke setzen? Lol. Das habe ich auch noch nie gesehen. Setz Uti ein. Äh. Nicht in Tower. Was? Ich bin da nicht hingekommen. Mit der W. Scheiße. Okay. But we can lose. It's possible. Wieso geht die da? Oh nein. Anfängerfehler. Anfängerfehler von Jinx. Sie ist zurückgegangen. Schafft sie es raus? Schafft sie es raus? Schafft sie es raus? Nein. Das war wieder ein spannendes Battle. Und willkommen zurück in meiner Commentary... Commentary... Irgendwann in meiner Commentary-Show. Die nimmt gerade wieder ein Etat ein. Das ist... Wo ist er da? Okay. So schnell bin ich halt leider nicht. Ich kann da nie sehr weit und was machen. Ich bin mal, dass hier jemand fehlt. Und... Wahrscheinlich haben die noch mal... einen Jungle gemacht. Nein, haben sie nicht. Das ist immer sehr schön. Ja. Kratzt mir schon wieder im Hals. Wurzeln wir jetzt noch mal ein... Entschuldigung. Ich versuche schon ein bisschen vom Mikro weg zu gehen. Das ist ja... Immer... Also soll ich da jetzt wirklich hin? Die sind alle drei ab. Ich gehe... Nein. Geh der weg. Geh der weg. Geh der weg. Wir müssen pushen. Wir müssen pushen. Oh, jetzt ist es zu spät. Nur weil der mir geholfen hat. Sonst hätte er ein bisschen den Tower pushen können. Was ist das denn für ein Döde? Geh der weg. Geh der weg. Oh, Mann. Da fehlt einer. Da ist eine Shyvana. Das ist... Ist kritisch. Schwierig. Kommen wir nach oben. Fuck. So. Also das habe ich ja schon mal bravo... Alter, ich sterbe gleich. Ich brauche Minions. Ich brauche Minions. Weil ich habe... Ja, ich gehe ja schon weg. Keine Sorge. Hä? Okay. Ich brauche einfach Minions, dann kriege ich wieder Leben. Das ist ja immer das Praktische dann. Ich brauche noch. Und ich muss eigentlich weg, aber ich will jetzt hier den Teamfeind nicht verlieren. Na gut. Ich bin mir einfach Minions. Dann passt das schon. Dann kriege ich schon genügend Leben wieder. Irgendwie schaffen wir das noch. Also es sieht zwar nicht so gut aus, aber... Wenn wir jetzt gut pushen, dann haben wir eine reelle Chance. Das ist eben der Fakt. Wenn wir uns den halben... Wollen wir... Ja, ich push mal ein bisschen. So, jetzt kommen wir gleich Besuch. Äh, zwei von hinten. Okay, push mal einfach weiter. YOLO! Ich komme mal mit dir. Okay. Die ist... Die ist tot. So. Da bin ich nochmal gut rausgekommen. Ob der da noch rauskommt, das weiß ich nicht. YOLO? YOLO? Nein, kein YOLO. Tut mir leid. Alter, wir sind aber beinahe noch rausgekommen! Hammergeil. Nein, das schaffst du nicht. Auch nicht mit deinem verkackten Speer. Auch nicht mit deinem verkackten Speer. Du musst da einfach mal einsehen. Aber... Es gibt Leute, die lernen nie. So. Das... Ist nochmal jetzt geil gewesen. Wirklich einfach nur supergeil. Oben Poppy. I need help. Jetzt gehen wir zweimal hoch. Wo ist denn die schöne Poppy? Wenn die nicht da ist, dann... Dann ist sie weg, würde ich mal sagen. Ich komme mir mal die Wave. Und können wir mal Familiens. Verdammt, der Jesu hat echt mehr Farben als ich. Nur die... Oh, die ging ja mal im Bett. Bis auf Siwana. Die hat es gecheckt, die sind Farben. Ja, ist ein Nieder. Blöd. Ich würde es gerne mal... Ne, da ist... Da ist eine Nieder. Und irgendwie... Ich glaube, die Poppy kommt runter. Habe ich so ein Gefühl? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß gar nicht... Ah, komm. Geh mir einfach da, ne. Ich helfe dir nicht. Tut mir leid. Du schaffst das schon. Du bist ja so. Ich meine... Du musst es schaffen. Poppy von hinten. Nö. Keine Chance. Keine Chance. Und... Da gebe ich auch nicht klein bei. Also... Ja. Punkt. Ende. Schafft ihr das? Nein. Verdammt. Nützt mir nichts. Sie ist tot? Verdammt. Sie ist schon wieder tot? Die feedet zu sehr, die... Die Dings. Wir sind in 2-7. Ne. Du kriegst dich nicht. Du kriegst mich nicht. Verdammt. 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 Oh. Stunt. 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 Sehr schön. Sehr schön. Super geil. Super geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Auch wenn du bist gefeedet. We ported. Yeah. We ported. We ported. We ported. We ported. We ported. Der ist einfach göttlich auf dieser Map. Also zumindest in dieser Season. Und dann Flash. Weißt du, alle haben Flash mit? Ich nicht. Wer braucht es schon? Wer braucht schon Flash? Weil ich meine, du bist eh so... Nein. Verdammt. Das ist einfach so... Die Q ist ja so ein bisschen so ein Scale-Shot. Nein. Das ist kein Heimbusch. Keine Saule. Du musst gar nicht erst gucken. Aber stimmt. Der Tower ist weg. Oh nein. Die muss da ihre Top-Lane machen. Äh. Weg. 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 Weil da oben ist, äh, ist Missing. Ich gehe lieber ganz, ganz safe hier lang. Weil ich brauche noch Minions. So. Das war schon mal sehr schön. Eine sehr schöne... Nidara war da in der Busch. Ich habe sogar noch gesehen. Okay, ich bin tot. Ich bin tot. Das ist GG. So. Da die Folge nicht so lang sein sollte, äh, müssen wir jetzt mal aufgeben. Weil sonst... Machen wir noch zwei Parts, was das würde ich nicht schön finden. Eine drückt ja. Und der andere auch ja. So. Auf jeden Fall, ähm... Das war eine schöne Folge. 20-20 Minuten. Wir haben aufgegeben. Das war... Trotzdem sehr schön. GG. Chefsach. Can't lose. If I want. Wisse, ich... Ich habe hier jetzt... Ich glaube, ich mal aufgeben. Weil die Gegner, die haben so lange bestimmt schon nicht mehr gewonnen. Deshalb... Habe ich denen einfach mal diesen Sieg gegönnt. Und... Aus dem Grund... Bleibt mir auch nur noch zu sagen, League of Lappen ist immer noch Chefsach. Unten könnt ihr abonnieren. Ihr könnt kommentieren. Ihr könnt liken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.